es gibt menschen die über ihre ideen projekte und ziele nur reden und es gibt menschen die ihre ideen projekte und ziele in die tat umsetzen und somit ihren traum verwirklichen hallo mein name ist abdu karim hochhausen und ich bin ein mitglied des projektes sohn des weges und wir haben vor inshallah in einigen wochen zu fuß von deutschland über südeuropa nordafrika nach saudi arabien nach mekka zu pilgern was hast du dir gedacht als die deinem bruder von seinen vorhaben erzählt hat ja ich habe erst mal gedacht hat den hau weg hatte den knall nicht gehört ja ich war erst mal wie ich vorhin schon sagte erst mal so ne diesen wow effekt den die leute erst mal haben wenn wenn wir von denen berichten so war es auch wo mein bruder mir das gesagt hat ich war erst mal so am telefon ja okay ist eine coole idee aber dann hat der halt gefragt ob ich mitkommen will habe ich gesagt also meine erste antwort war auf keinen fall wie soll ich das machen wohnung auto arbeit soll ich alles verkaufen soll ich das zwei jahre einlagern das kostet viel zu viel ja und dann habe ich echt gewartet und hat gesagt überlegst du einfach mal und dann ist nach zwei monaten mir wurde immer mehr bewusst all das was ich zu hause habe sind einfach nur sachen die man mit geld wenn man so unbedingt braucht was ja nicht der fall ist wieder kaufen kann und habe gesagt jetzt mich noch jung mein bruder und ich wir ergänzen uns sehr gut weil mein bruder ist er so der der überflieger manchmal also der der verrückte von uns beiden und ich bin dann meistens so der ruhige ne find so kann gut situation regeln und sowas und wir ergänzen uns echt super und habe mir gedacht wenn so so eine tour dann dann nur mit meinem bruder und darauf habe ich mich entschlossen mitzukommen das ganze mit mitzumachen wie seid ihr auf die idee gekommen so eine reise sowas großes zu planen zu machen durchzuziehen das ist hat sich eigentlich aus dem gespräch entwickelt mit einem guten freund von mir und ich habe mich darüber aufgeregt dass also eigentlich über mich selber wie inkonsequent wir in manchen sachen sind ja und ja irgendwie aus in dem gespräch hat sich dann herauskristallisiert dass ich eigentlich viel mehr lernen möchte dass ich also ich habe auch angefangen arabisch zu lernen dass ich das aber viel schneller lernen möchte und dass ich mehr wissen möchte und im endeffekt habe ich mir das selber beantworten dann gesagt ja warum machst du das nicht und dann habe ich mir selber vor augen gefühlt warum ich das nicht mache und habe mir dann gedacht das muss ich auf jeden fall ändern und zwar ganz schnell und weil ich eh schon immer so ein bisschen was von der welt sehen wollte und ein sehr kommunikativer mensch bin habe ich gesagt ich möchte am mecker ich möchte was von der welt sehen ich möchte einfach mal zeit zum lernen zum lesen zum entdecken haben und die konsequenz davon ist ich geh zu fuß und ich fand es echt man teilweise sehr lustig wenn ich dann mit halim telefoniert habe und er mich dann gefragt hat ja was machst du mit deinen sachen wo tust du ihn hin ja halim ich verkaufe alles ach so ja okay aber das waren dann immer so momente wo ich echt schmunzeln musste aber dann in letzter konsequenz als er dann ja gesagt habe ich mich echt riesig gefreut was erhofft ihr euch damit mit dieser reise ja ich denke einfach mal dass die dass die reise für uns so ein so eine selbstentwicklung ist also dass man dass man auch gerade weil man so auf das minimum reduziert ist dass man erst mal sieht was man was einem leben wichtig ist wichtig ist und was nicht dass ich wieder an grenzen komme und mich körperlich entwickeln die geistige entwicklung dass ich mich intensiv mit meiner religion befasse versuche intensiv wissen zu schöpfen und ein anderer anspruch den ich mir persönlich stelle für diese reise ist dass man menschen verbindet dass das ich einfach zeigen möchte dass es ein falsches bild von der welt ist dass man davon ausgeht dass die menschen schlecht sind und das ist was was ich definitiv widerlegen möchte durch meine erfahrung dass ich zeigen möchte dass menschen im grunde nicht schlecht sind und dass man als herzlicher mensch mit ehrlichen absichten auch überall herzlich aufgenommen und empfangen wird ja und ich glaube dass es sehr wichtig in unserer heutigen zeit weil wir lassen uns sehr oft wie lassen andere entscheidungen für uns treffen und das ist nicht immer gut natürlich macht das vieles einfach aber das ist nicht gut denke ich und das ist auch so ein bisschen anreiz geben dinge selber zu erforschen dinge in frage zu stellen die einem auf die nase gebunden werden ja und deshalb das ist auch ein grund warum ich keine angst habe nach agerien zu gehen oder nach libien oder so weil ich habe menschen kennengelernt von dort und die sind nicht so wie einem das verklickert wird also unseren geschwistern im islam möchten wir auf jeden fall mitgeben dass sie ihr ding machen sollen ja dass wenn sie ideen haben anregungen wenn sie was verändern möchten ja dann sollen sie das tun also ich will den geschwistern auch sagen echt so keine angst kann keine angst vom leben zu haben weil das leben ist ja eigentlich total easy wir machen uns das immer viel zu kompliziert und und auch echt zu zeigen weil das ja auch wir leben in deutschland viele deutsche haben ja auch oft so problem mit ja und hier die verstehen den islam nicht ne aber es gibt so zum beispiel genauso viele muslime die 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 deutschen dann nur die christen dann nicht verstehen und wir wollen halt echt so ein bisschen auch vermitteln so dass das da so die sind doch gar nicht so schlimm